Ja, Borussen-Berni, Samstag, 15.30, Stuttgart, Favre, aufpassen, die kommen richtig Spätzchen in den Waden, die haben gewonnen. Wir müssen genauso Aggression, Aggressione zeigen, zurück gegen Tottenham, mit unseren geilen Fans im Rücken. Die Südtribüne, die ist wieder da, die hat richtig Trallafitti gemacht, hör mal, und dann richtig Aioli im Schuh. Es sind nur noch 10 Bundesligaspiele, 10 mal 19 Minuten, alles rausflexen, ja, für unsere Borussia, bis zum Borsigplatz, Jungs, immer weiter geht es. Und hör bloß auf hier mit so einer Belastungssteuerung oder sowas, hör mal, eine Belastungssteuerung, die hast du früher nach 27, Lubumba, hast du die gebraucht in Malle, wenn du so eine Engländerin mit auf deinen Zwei-Sterne-Bunker genommen hast. Hör mal, das ist Stuttgart, hör mal, das ist, als wenn, was interessiert ein Löwen, ja, wenn eine Antilope eine Magen-Darm-Grippe hat, echt, scheißegal, wegflexen, also Reus, Reus, stumpfe Klinge, Kokodes rasieren, Schießpulver drauf, ja, hör mal, da können ja bis Heiligabend, können ja da laufen. Jungs, ich will die Schale, ich will den Baum zum Borsigplatz. Oder hat irgendeiner Bock da auf diese bayerische Paragraf-1-Weißwurst-Truppe, wenn die mit drei Smart um eine Verkehrsinsel fährt im Mai, mit der Schale, und ein Smart kriegen soll, macht's voll. Also Jungs, Vollgas geben, es gibt nur eins, es gibt wirklich nur eins, nur der BVB, aber nur der BVB.